Musik 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 Ich geh 2a da in den Treppenmeister, und stell mal den Tux bitte, ich weiß nicht, dass die nicht flankieren können ganz außenrum. Ja, stell die Mitte auf das mal irgendwo hin, aber Konsti und Leon hier geht B, ne? Ja, wir müssen halt echt versuchen, dass wir vor denen in der Küche sind, weil die sind wie immer vor uns in der Küche. Nee, bleib passiv. Bleib passiv. Guckst du hier alleine, Chris? Sagst, wenn einer kommt, dann... Einer ist Küche. Warte, ich geh zu Konsti. Nein, ich retzle, ich retzle. Okay, okay, ich komm. Einer kommt, einer kommt. Ja, ja, ist okay. Ja, ich komm. Das, oh Gott, dass einer in dem Headlitz ganz nicht rum ist, ne? Ja, 0. Versagt. Einer, Hilfe, Hilfe, Konsti. Ja. Einer war ganz, bleib zurück, bleib zurück. Ja, hol, der rennt grad weg. Einer ist ganz außen und einer ist hier links. Ja, der außen ist low und draußen steht noch einer. Draußen steht noch einer, Chris. Aber okay, der kommt nicht. Jetzt pusht er, glaub ich, rein. Einer an der Küche. Hinter der Bombe. Okay. Dann hast du keine Chance. War nix. Ich geh wieder links mit, Stefan, ne? Ja. Meine Güte! Von irgendwo dringend. Wir müssen einfach in die scheiß Küche rein, wenn die da einmal drinnen sind. Die haben da so viele Headlages, das ist... Ja, aber wenn, wenn man die ganze Zeit guckt, dass die nicht planten. Man hört das doch, wenn man da vorsitzt eigentlich. Ja, aber dann... ...kommen wir gar nicht mehr ran, weil die hast du gut ab, ey. Ja genau, die stehen da, die stehen da ultimativ. Das ist Hammerschwierig, die da irgendwie rauszudringen. Versuch mal nochmal wie jetzt. Aber einer muss für mich jetzt außen gucken. Die kommt, einer kommt immer von ganz außen und schießt da seitlich rein. Konsti, guckst du außen? Ja. Dann okay. Und einer muss lang gucken. Und ich geh als erstes vorne gucken, ja? Soll ich direkt in die Küche springen oder was? Nee, oder? Ich weiß nicht. Einer ist schon drin. Ich muss jetzt eigentlich ja da sein, um zu gucken, dass die nicht planten kannst. Ja, ich kann gucken, ich hab ne Sniper. Ja gut. Die können aber auch von hinten planten. Ja. Okay. Nee, mach das weiter, jetzt können wir nicht mehr verschieben. Oh, den einen hab ich im Heldgeständen. An der Küche. Werft Granate? Von außen einer. Ab den, warte Leon. Hinten der hat 25%. Ja. Wo ist der Konsti? Versuch wegzukommen. Nee, er rennt weg. Der rennt weg, der rennt weg. Der rennt weg. Der rennt wieder nach vorn. Von, äh, von, ich weiß nicht von wo. Ja, wir müssen, vielleicht wirklich mal reichen. Doch, hat der nen Lack, ey. Ja, ich bin down von draußen. Der mich da getroffen. Da konnte der mich gar nicht treffen. Man kann nicht nicht überhalten, Stefan. Ja, PG, der kommt, der kommt rein. Der steht schon im Gang. Von hinten, Charam. Von hinten gleich Kumpel Lumpi. Hä, nee, nee. Ist doch 2 gegen 2, Charam. 2 gegen 2. Charam, helf! Komm rein! Charam, komm rein! Du musst ihn wegholen jetzt. Musst ihn jetzt wegholen. Musst ihn wegholen. Charam, schnell! Ja, ist gut. So drückt euch, man, hier. Ja, du hast den bei mir nicht getroffen wieder. Du hast den bei mir schon wieder nicht getroffen, also nicht von Tater Modus. Ja, nein, ich hatte 100 Hauptgegrätschen. Ja, ich glaube auch. Es ist bei Tater Modus hat er es anders gesehen. Ja, ich hatte aber 100 Hauptgegrätschen. Lass mich jetzt mitgehen, Chris, ja. Wohin? Nichts. Und ich gehe rechts wieder oder was? Ja. Aber wenn die, wenn wir hören, dass die Blenden einfach sofort RPG drauf oder so. Ja, das ist ja eigentlich das, das Ziel. Jetzt hat er mich weggebankt. Einer ist schon hier. Einer schon außen. Habe einen hinten durch. Außen wieder einer. Ja. Ja, ich, ich, ich habe ihn weggehekelt. Es ist nicht gut, dass wir hintereinander stehen, Charm. Nein, gar nicht. Ah ja. Hab einen. Warte, lass mich gucken, Leon. Lad du Leben auf. Ich muss dahin, ich muss dahin, ich muss dahin. Einer ist ganz hinten durch, Charm. Komplett am Ende vom Gang ist der Fass. Geht mal kurz weg. Kommt gleich einer rechts. Warte, der schluckt. Pass auf, Konsti, hier kommt gleich einer lang. Ich habe da einen Laserpointer gesehen. Ja, er war eigentlich auch. Schuld ihn, schuld ihn, schuld ihn, schuld ihn. Schuld ihn. Gut, gut. Von außen, ne? Die Medics sind beide scheinbar revived, glaube ich. Wenn wir die kriegen, dann... Ich bin hinter dir, Stefan. Da ist... Die penden! Tod! Hier, Charm. Charm, Charm. Charm. Ich bin bei, Stefan. Karte. Ja, Jungs. Der hat wenig, der hat wenig, 12%. Ich kann... Ich sehe nichts. Der ist recht, der ist im Gang. Nice. Der kann nicht mehr gerettet werden. Auch einer low, 35 HP. Entschärf du, entschärf, entschärf, Chris. In der Küche. Nice. Das waren alle, oder? Oh nein, oh nein. Oh nein, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon! Nein. Doch, doch. Nice. Nice. Schön. Leute. Haben wir jetzt eine Seite gewonnen oder haben wir die zwei Runden verloren? Zwei Runden gewonnen. Zwei Runden verloren. War eigentlich ganz gut. Nice. Und jetzt haben wir halt nicht den Druck, dass wir unbedingt Gas geben müssen. Wir können jetzt schon aus der Defensive raus nach vorne arbeiten, ne? Ja, nee, das ist auf locker Scheiße aus der Defensive raus zu haben. Wir werden nämlich schon verloren, wenn die vor uns in der Küche sind. Ja, wir müssen einfach wie die in die Küche pushen, dann. Du musst sofort drinnen sein. Ja, aber wenn die das gleiche machen, verlieren wir. Ja, natürlich, aber. Einfach das wie bei Enrage machen, Chris, dass du hinten ein bisschen Snipes. Konstantin nimmt ja die Bombe. Ja, aber das heißt ja leise dann. Äh, langsam. Ja, langsam. Ja, klar langsam. Was soll man sonst machen? Willst du reinraschen, um dass sie uns direkt alle picken? Ja, nee, aber Leon und Sharam sind so heiß drauf. Egal, was wir machen, die sind immer schneller in der Küche. Ich meine ja immer. Immer Hummel. Ich hab 22er Prezi, also. Nein. Kröver. Aber wie gegen Enrage, ne? Weißt du, wenn die pushen und ich krieg den erst mit der RPG, ist da direkt mit links ein Fass und das haut den sofort eigentlich weg. Nein, es hat nicht geklickt. Nein, ich geh nicht dran. Da war schon wieder eine. Da sind zwei in der Küche. Ja, warum rennst du denn schon da rein? Ja, Mann. Konzi, oh mein Gott, Konzi. Das wird nicht gut. Komm mal, versuch mal zu mir zu rennen, Konzi. Nee, ich bleib jetzt hier. Vielleicht rennt ja eine rein und ich. Ja, okay. Dann guckst du da, ne? Ja. Ja. Okay, Konzi. Ach du Scheiße. Ja. Ja. Der konnte mich gar nicht sehen, ey. Der hat halt... Der hat halt... Der hat halt... Werde kommt und revivet den. Ja, ich hab den eigentlich weggeholt, aber... Chris, der kommt hier. Von rechts einer. Ja. Ja, ist okay. Ja. 1% hat der. Ja. Scheiße war das, ne? Mhm. Ganz große Scheiße wieder. Scharam. Ja? Leon, ihr geht mittelgang, ne? Wie sonst immer. Wie es erfolgreich funktioniert hat. Stefan und ich gehen rechts außen und dann warten wir. Weil die werden den Kopf eh mal rausstrecken. Wenn wir zwei weggeholt haben, dann können wir ja mal überlegen. Ja, und gehst du vor? Ja, ne? Geht immer vor. Ja, ne? Geht immer vor. Was? Was? Äh! Ah, ist jetzt gewinn! Den einen hab ich. Ganz linksaußen. Boah, full flash hab ich ihn geholt, ey! Ja, aman! Einer Konzzi- Was ist denn so? Na, ist auf wenn der jetzt ritzen kommt! Konzzi ist down, hallo! Ihr müsst Gas geben. Ja, ich versuch, ich versuch, ich versuch! Ja, jetzt ist vorbei. Ja. Ich dachte, wir sollen nicht hier in den Gang! Ja, aber wenn einer down... soll ich mich die Bombe nehmen? ja, wäre besser Leon, ich brauche Hilfe, Leon ich habe eine Granate ich habe keine mehr er hat 0%, der steht direkt links da ich habe keine Raketen mehr, jetzt krieg's nur ja, jetzt haben wir versucht von außen von außen retzen, retzen hier, retzen hier ihr seid doch zwei Medix ja, ich habe ihn geholt es dauert immer ewig, Jungs ja, ich will nicht, ich wollte halt nicht direkt der ist hier, der ist hier ist nur einer, ne? der ist hier, ne? Links ja, renn du nicht vor, Stefan oder ich ja, der kommt außen rum jetzt guckt der wieder mach irgendeiner scharf, irgendeiner soll scharf machen ja, ist ja gut ja, ich komme, warte hab ihn, oder? Ne doch nicht hat wer anders getötet ich noch eine Runde, dann haben wir locker gewonnen das erste Mal, dass wir eine Med gewonnen haben dann, ne? Ja wenn überhaupt gegen die gegen die, ja die haben auch einen Seat, ne schau mal, hast du gesehen? einer geht da, also den hier Supporter war das glaube ich, der geht da ganz links rein, ne? in diesen Headlish da kannst du normalerweise rausschießen, wenn du ein bisschen weiter hinten stehst warte, ich suppress dich aber alle oh das ist kill assist guck du mal, guck du mal, dass der guck mal, siehst du mal auf dem Map warte, der war revived, ich versuch den zu ja ah, nein, Leon oh mein Gott oh mein Gott hab ihn voll flasht, ne? guck mal langsam vor, Steff er liegt da rechts nicht komm Leon wir wiper einfach wir wiper einfach ja ok, gut er liegt da rechts auf dem Ding da ich geh gucken Leon, ja direkt rechts auf dem auf so'n Pass ja jetzt ist noch ein Problem rechts in der Ecke steht auch nur einer ey, da ist einer nein, ich hab nachgeladen scheiße links in der Ecke, RPG kommt gleich geflogen Entschuldigung ich kann euch genau sagen wo einer steht einer steht jetzt hier gleich einer steht hinten durch diagonal links und der andere steht direkt links Chris und, also wo du so reingehen kannst, weißt du? hier hinten links steht der ja, da diagonal stand eben einer hinter so'ner Box und der andere steht der andere stand genau links um die Ecke hier also also nicht direkt links nochmal links sondern da, der kommt da da Fonzi Fonzi, push nice nice zauber gespielt wie viel steht jetzt eigentlich also wir haben wir jetzt zwei, vier Runde viele vier vor vier drei vier vier . Bis zum nächsten Mal.